Dortmund, hier werden die ganz scharfen Geschütze aufgefahren. Am heutigen Samstagabend holt die ARD wieder die größten Schlagerstars zusammen, um sie beim Schlagerboom 2023 auftreten zu lassen. Mit einer ziemlichen Überraschung. Nach einjähriger Pause dürfen sich die Schlagerfans des Landes wieder auf die geballte Ladung ihrer Lieblinge freuen. Die 20.15 Uhr beginnende Live-Show aus der Dortmunder Westfalenhalle musste 2022 noch abgesagt werden. Da nicht abzusehen ist, wie sich Corona in diesem Herbst entwickeln wird, ist ein verantwortungsbewusstes Handeln. Und verhalten in einer geschlossenen Event-Halle mit dicht gedrängten Fans nur schwer möglich, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk, MDR, im Vorjahr mit. Überraschend ist die Zusage von Andrea Berg. Ihr Stiefsohn Andreas Färber, 40, ist seit 2013 mit Vanessa May, 31, zusammen. Und seit 2017 auch mit der Ich-Sterb-für-Dich-Sängerin verheiratet. Und die hat Silbereisen den Rücken gekehrt. Auch ihre Stiefmutter blieb diesen seit zwei Jahren fern. Vielleicht sogar deshalb. Schlagerboom 2023 in der ARD. Andrea Berg tritt wieder bei Florian Silbereisen auf. Die 31-Jährige habe sich zunehmend fremdgesteuert gefühlt, konnte nach eigenen Aussagen nicht mehr selbstbestimmt ihre Auftritte darbieten. Nach dem Musikvideo zu Wolke 7, in dem sie im Bikini zu sehen ist, habe sich die Situation verschärft. Ich habe gemerkt, dass von Show zu Show die Vorstellungen von Vanessa und die von Florians Team um Produzent Michael Jürgens immer mehr auseinandergegangen sind, sagt Meismann, der zugleich ihr Manager ist. Das habe mit Outfits, Performances und ihrem Verhalten zu tun gehabt. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich ja froh war, dass man mir Sachen angezogen hat. Diese Dinge habe ich positiv wahrgenommen. Ich habe es aber einfach gemaakt, dass diese